Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen SCP-Video hier auf Moons.mlp, und zwar zu SCP-087-Recovered-Document. Das Spiel habe ich schon mal angetestet, das hatte ich mir glaube ich vorbestellt sogar, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall wurde es in zwei Teile gesplittet, einmal in das hier und einmal in 087-VR-Survivor. Was ich mir auch gerne mal anschauen möchte, dazu muss ich aber erstmal meine VR-Brille aufbauen. Und Freerun ist neu, den gab es nämlich das letzte Mal als ich gespielt habe noch nicht, aber wir machen mal History. Oh, was ist denn das noch? Äh, D832. Dann schauen wir uns mal die Geschichte an. Was wir arbeiten für? Für die Frieden in der Welt? Für die Menschen? Nein. Wir sind wie Böchers, die nicht auf jemanden haben. Unsere Leben sind wie Chips auf der Bühne. Wir sind nicht auf der Bühne, die wir haben, aber wir gehen alle, loszendetig alles. Ich bin zu tief in meinem Geist. Es gibt keine schlechten Proven, um die Situation zu ändern. Die Ende ist nah, aber es ist etwas, die in meinem Geist. I'd better get deep down And turn out in the moment When I met the little guy for the first time Doc, your investigation's been approved By the people having 4th level of admission Thanks Starting immediately Well, it's best of all to start with the recording of our first discovery The object SCP-087 And we're already there SCP-087 It's fucking dark Is your flight long functioning properly? Yeah, it's working It just won't lie these stairs all the way down Thank you, please continue So, we're at D-8-4-3-2 Okay 7. November 7. November? Das ist heute Wird da tatsächlich immer das aktuelle Datum angezeigt Oder ist das jetzt nur reiner Zufall? Also das hier Ist ein gescripteter Spielmodus Mit der Story Mit dieser Intro-Sequenz und allem Und Soweit ich das noch weiß Werden die Jumpscares und die Texte und so Sind alles gescriptet hierbei Also Hier ist nichts mit Zufälligen Jumpscares und so etwas Ups Reason for stopping You hear that? There is a fucking kid down there Sounds like one Could you please describe the sound? It's young Either female Or a very young boy It's crying Can you estimate distance from your current location? Oh, fuck, I don't know Maybe 200 meters down Please continue down the next fight Okay Okay Ich hab jetzt noch nichts gehört Can you still hear the crying? Yes We are picking it up as well Please continue down Stop if you notice any change in the audio or environment Okay Das klingt eher wie ein Baby Okay Ich bin ja mal gespannt Wenn ich dann SCP-087-VR-Survivor austeste Wie genau sich das verhalten wird Inwiefern Bei diesem Spiel Survival-Mechaniken mit eingebracht werden Oh oh Also irgendwie was mit Survival und Crafting und so etwas Und das kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen Ja, darum bin ich umso gespannter darauf Okay Okay, ich wollte gerade sagen Das Weinen hat aufgehört Aber 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 doch nicht so Wir können auch nicht rennen oder springen Hier Steht keine Etage Steht überhaupt irgendeine Etage hier? Da? Oh ja, da Bei der 9 sind wir Das passiert auch bei euch Imbress Na Das ist Ich weiße Peas Ich werd Deine Ich Ich Nasıl Du để Co Das ist Okay. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war das nicht sonderlich... Dann war das nicht sonderlich tief. Also es ist nicht allzu lange. Wie der Story-Modus tief geht. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie lange. Es geht immer runter. Es geht einfach immer, immer runter. Wollte ich mal sagen? Das ist ja jetzt völlig out of context. Aber ich habe irgendwie mega Lust auf Minecraft. Und zwar habe ich einfach nur Lust, eine SCP-Foundation mit den ganzen SCPs darin zu bauen. Hätte ich irgendwie Lust drauf. So, als Live-Projekt vielleicht. Ja, bestimmt lustig. Das Licht schlechter? Oder habe ich mir das noch eingebildet? 17. 17. 18. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Stockleck 20. Boah, dieses Babygeweine geht mir ja ganz schön auf die Nerven. Also bei dem anderen, bei SCP-087-Recontainment-Singleplayer-Experience oder wie ich das vollständig hieß, war das doch schon etwas angenehmer. So ein Babygeheule ist schon unangenehm auf Dauer. Ach, gib doch mal jemandem Baby die Flasche. Meine Güte, ey. 087 halt, Rabenvater. Das Geschrei kommt von einem Baby 087. Das ist so eine ganz kleine Wendeltreppe ist das. In so einem Puppenhaus, so eine ewig lange Wendeltreppe. Notiert, bitte weitermachen. Genau so läuft das. Wie dreckig dieses Treppenhaus aussieht und diese rostigen Geländer, muss ich direkt wieder an Powerwatch-Simulator denken. Hier wollen wir mit dem, mit dem, mit dem Hochdruckreiniger durchgehen. Würde das alles viel geiler aussehen. Aber da hätte man bestimmt auch einiges zu tun bei den ganzen Etagen. 087 Ich glaube, wir kommen langsam Richtung Ende. Ja, die Batterie oben rechts hält auch nicht mehr lange. Ich glaube, dass man die, ich kann die Taschenlampe ausmachen. Aber ich glaube nicht, dass man die Batterie hier wechseln kann. Ich glaube, das ist dann etwas für, für das Survival-Game. So in etwa wird das wohl gedacht, dass man immer mal wieder neue Batterien finden oder machen muss, um die auswechseln zu können. Also, das ist dann etwas für das, was das ansehen. So in etwa wird das, was ich glaube, das war, dass es noch nicht mehr hin aussi. So in etwa wird das, was ich glaube, dass es noch nicht mehr ansehen. Und das ist dann, glaube ich, dass es jetzt mehr Zeit noch nicht mehr ansehen. Also ohne Taschenlampe hat man keine Chance hier durchzugehen. 3.33. 4.34. Ja, ich erinnere mich einfach echt mehr, wie lang das geht. Aber ich denke mal, lang wird das Video nicht sein. So 20 Minuten höchstens. 15 bis 20. Die haben aber auch ganz schön schwere Stiefel an, so wie sich das anhört bei unseren Schritten. 37. Und die 38. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich habe das Gefühl, dass man hier irgendwie existiert. Extrem langsam läuft im Vergleich zu anderen 08-7-Spielen. Das Batterie ist bei Half-Life. Mit drei Balken. Half-Life 3 confirmed. Ich muss ja sagen, ich habe weder Half-Life 1 noch Half-Life 2 jeweils durchgespielt. Ich glaube, das muss ich echt mal nachholen irgendwann. Vielleicht wäre das eine gute Sache, so als Livestream-Projekt. Da muss ich mir mal Half-Life Alyx vornehmen. Das Problem ist, dass ich dafür schon gerne die Index hätte als VR-Brille. Ich habe jetzt nur die HTC Vive und noch die Standard. Oh Gott. Oh Gott. Fuck! What the fuck is that? Shit! Holy fucking shit! What the fuck! Can you please describe what you see? It's some sort of fucking person-fade thing. And it's fucking looking right at me. Fuck. Fuck! Fuck! It's looking right at me! Is it moving? No. No. It just started at me. Fuck. Fuck! It's creepy. Please approach and further eliminate the entity. Holy shit! His behavior is in no way different from that of an MLP. At the beginning of our joint studies of SCP-087, he behaved adequately, the delinquency started to emerge much later. Holy shit! Yes. Yes. Vielen Dank. Acquiring missing Dr. Byer's things. Okay, I'm waiting. I have an idea of what could happen to him. But it's not really probable as no one breaks the rule of housing. It's dangerous not only for one person, but for all people surrounding him. Well, while I'm waiting, I'd better study the notes of our research. Because all my groundless suppositions still remain suppositions. It's not really possible. It's also a bit slow and I think it's the same as the history mode. Only without the cut sequence. I mean, but also that it was scripted. I mean, that's already been tested. So I would say, I'll end this video. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu einem neuen Video hier auf Mutsum LP. Bis dann. Ich bedanke mich vielmals. Ich bedanke mich vielmals. Ich bedanke mich dafür. Untertitelung des ZDF, 2020